Ich sehe da oben einen Namen. Oh. Hallöchi meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Titan. Mein Name ist Xander und mit dabei ist der schöne Klängern. Hallöchi meine Freunde und willkommen zu Hallo. Es sind zwei Leute auf dem Server. Ich habe nur gesagt schön, ich bin übrigens drauf gejoint, ne? Achso, warte, ich komme auch. Schön habe ich übrigens nur gesagt, weil du so eine schöne Mütze an hast. Ja, die ist echt schön. Winnie Craft. Oh, 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 jetzt kommen auch viele. Bums, Doggy und Killer Crafter. Oh fuck, hier sind viele. Was geht ab? Also ich bin weiter unten, ne? Also so ein bisschen... Ich bin an unseren Kisten im Moment, weil wir sind ja hier stehen geblieben. Das wollte ich noch mal kurz erzählen. Und wir dachten in der ersten Folge die ganze Zeit, dass wir nur ein Leben haben. Aber das stimmt nicht. Wir haben jetzt anderthalb Leben, weil wir ja Jay getötet haben. Genau, ich sehe da oben Namen. Oh, stehen. Ja. Okay, warte. So, jetzt geht meine Maus auch wieder. Cool. Die disconnectet sich manchmal einfach. Ich weiß nicht warum. Stimmt, also für die Leute, die jetzt gerade sich denken, wie ihr habt jetzt anderthalb Leben, das geht doch gar nicht. Man kriegt Leben dazu, wenn man andere Leute killt. Genau. Ein halbes kriegt man, wenn man andere tötet. Und oh, die Höhle ist ziemlich groß. Fuck. Also gut, aber ich muss eine Eisenspiele holen. Ich glaube, so viel Kohle brauchen wir gar nicht. Was wir viel, viel mehr brauchen, glaube ich, ist Essen, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich habe so ein lilanes Erz gefunden, Digga. Ja, das ist gut. Das ist, das ist, ich sag dir den Namen gleich. Warte. Titanerz ist das. Ja, Titanerz. Aber das kannst du auch, glaube ich. Mit Eisenerbaum. Bist du das da unten? Ich baue es gerade ab. Ich muss es hier unten sagen. Ich sneaker? Äh, jetzt sehe ich nicht mehr. Jetzt sehe ich nicht mehr. Jetzt sehe ich nicht mehr. Ja, das bist du. Alter, das sind acht Stück. Nice. Daraus können wir uns richtig gute Rüstung machen. Oder Schwerter, ich weiß nicht. Man muss gucken. So, was haben wir denn hier? Äh, Dirt schmeiß ich mal weg. Hier ist noch Eisen. Nice, Alter. Wir müssen gleich echt mal an die Oberfläche, glaube ich, oder? Ich stelle einfach eine Fackel neben eine Fackel. Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich an die Oberfläche wegen Futter allein stecken. Jaja, genau. Aber ganz ehrlich, wir müssen auch irgendwie farmen, ne? Ja, im Moment fahren wir ein bisschen, ne? Ja, also ich habe ein bisschen Zeug habe ich schon. Komm mal wieder hoch. Wo bist du denn? Äh, ich bin jetzt noch weiter hoch gegangen. Da ist so eine Treppe an der Seite, wenn du links, ne, rechts an den Öfen vorbeigehst. Ach, genau. Da ist echt noch viel Zeug. Warte mal, habe ich meine... Wo bist du? Ich sehe deinen Namen nicht. Äh, ich sehe deinen gerade auch nicht. Soll ich mal zurückkommen? Ja, lauf mal bitte zurück. Warte, warte, warte. Weil ich bin auf jeden Fall hier in dieser Höhle direkt am... Ach, ich sehe deinen Namen. Ich sehe deinen Namen. Wo bist du denn? Ich hoffe, du bist das. Ich sehe einen Namen. Ich hoffe, du bist das. Hä? Das werde ich, das werde ich schon sein. Warte, ich komme zu dir. Wo ist da unsere Base? Ja, also hier, wo ich stehe, ist unsere Base. Okay. Warte, ich komme. Ja, ja, das bist du. Hast du noch Essen? Ja, acht Melonen, aber ich würde die ungern essen, weißt du? Weil dann... Ja, aber anbauen, wo ist denn unsere Base? Hier. Ja, genau. Okay, pass auf. Hier knall ich jetzt erstmal noch 16 von diesen Zitrinohr rein. Ja, ich baue das gerade auch noch ab. Und dann können wir uns direkt mal eine Rüstung bauen, ne? Und ich habe acht Titan Crystals, aber die Titan Crystals können wir nur benutzen, indem wir auch einen Titan Ingot machen. Und um einen Titan Ingot zu machen, brauchen wir Obsidian und Diamonds. Okay. Ja, gut. Das ist scheiße. Aber ich komme hier. Aber es gibt doch auch einen Titan Sword, ne? Ja. Dafür brauchen wir auch... Boah, Alter, wir brauchen richtig viel. Scheiße. Warte mal hier. Okay. Titan Sword. Ne, Titan Helm. Titan Bow. Ich glaube, der Titan Bow ist auch echt gut. Wir können Zitrin-Ding ins Schwert machen, aber ich weiß nicht, ist das genauso stark wie ein... Steht das doch nicht? Was? Attack Damage 6. Achso, ja stimmt. Attack Damage 6. Und das Titan Sword hat 8. Ja, aber das Diamant Welt hat, glaube ich, auch 6. Von daher ist das relativ gut. Oder... Ne, eine Diamant-Achse hat, glaube ich, 6. Warte. Diamond... Ne, Diamond Sword hat 7, aber das ist trotzdem mega gut. Ja, besser als Eisen auf jeden Fall. Weil Eisen hat, glaube ich, nur 5. Ja. Dann machen wir uns das schon mal, weil wir haben ja ein bisschen... Ne, Eisen hat auch 6. Eisen hat auch 6. Echt? Ja. Aha. Aber man kann das doch irgendwie noch... Oh. Oh, fuck. Man kann das doch irgendwie aufwerten noch. Also, da gibt es ja auch so Sachen mit Gift oder Feuer oder so. Ach, hier hast du schon. Hä, was mit Gift oder Feuer? Ja, wenn du weiterguckst, äh, Zitrinen Sword 25% Poison Chance. Achso, das hat eine Vergiftung schon. Ich habe gedacht, äh... Ja, ja, genau. Vergiftungsresistenz. Ich habe mich schon gefragt, was... Es gibt mehrere... Es gibt mehrere Versionen irgendwie davon. Ich weiß noch nicht, wie man das bekommt. Ne, ehrlich? Zitrinen Sword 25% Poison. Stimmt. Zitrinen Sword 25% Poison. Ja. Da kannst du ja draufklicken, wie das geht. Ja, aber da sind die... Zitrinen Inget. Aber da sind die... Aber die Rezepte sind alle gleich. Wir müssen gucken, dass man das... Man muss das... Achso! Ah, mit so, äh, mit Tränken muss man das verzaubern. Okay. Echt? Ja, wenn du einen weiter blätterst, siehst du, äh... Dass du dieses Schwert dann mit so Tränken craften musst. Und dann kriegst du... So ein Zeug da drauf. Hey! Boah, Alter. Bin ich behindert? Was ist denn los hier? Wie ging das denn jetzt gerade hier? Achso, übereinander. Warte mal. Ich mache uns mal zwei so eine Griffe. Und dann mache ich... Soll ich uns mal so ein Zitrinen Schwert machen? Ich weiß nicht, ob man, wenn man, äh... Sich eins mit Gift und so craften will, ne? Ob man dann frisches braucht, oder ob man das auf kaputte schon machen kann. Keine Ahnung, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ist scheißegal. Soll ich mal eine Rüstung machen, erst mal? Ja, ich glaube... Ja, ja, Rüstung ist, glaube ich, echt besser. Ja, dann mache ich jetzt erstmal eine Rüstung. Dann mache ich jetzt für beide, äh, ähm... Warte mal, kriege ich für beide einen Brustpanzer hin? Ne, ich kriege einen Brustpanzer? Doch, ich kriege für beide einen Brustpanzer hin. Wir haben ja noch was zu tun. Ja, ja. Ich habe auch noch acht Ingalls. Oh, fuck, ich muss was essen. Wir müssen auf jeden Fall Diamanten uns holen. Das steht fest. Ja, ich lauf grad hier unten ein bisschen lang, um zu gucken, was hier noch ist. Aber... Ich habe übrigens noch, äh... Kohle brauche ich jetzt erstmal nicht mehr nehmen. Ich habe noch zwei, äh, Rabbids dabei. Rabbids? Rabbids, ja. Achso, ja, nice. Okay, dann können wir die schon mal essen. Hier ist noch ein bisschen Zitrin. Das nehmen wir mal mit. Wer ist denn... Wenig und Termination. Oh, vor denen habe ich ein bisschen Angst. Sind die da in der Nähe? Nö, nö, aber die sind auf dem Server. Ja, egal erstmal. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt direkt auf uns drücken. Ich habe irgend so ein Buch, das lese ich jetzt einfach. Was ist das? Ich habe irgendwas gefunden. Der Mythos der... Ein Emerald. Wupsi-Fanden. Es wurde uns oft von dem älteren Herren und dem Wupsi-Fanden erzählt. Sie sollten einen großen Schatz besitzen, den sie irgendwo in den Tiefen der Höhlen oder Minen versteckt haben. Eines Tages kam Horseman vorbei und... Und... Original steht das in diesem Buch. Das steht auf jeden Fall. Ich habe echt keinen Bock jetzt zu lesen. Für alle Leute, die Bock haben, ich blätter noch einmal durch. Pausiert das Video einfach kurz und lest euch die Geschichte durch. Bitteschön. Brauche ich echt noch mehr Zitrin, weil ich rushe hier gerade ein bisschen durch. Ich habe noch einen Emerald gefunden. Ich habe übrigens mega viele Water Bottles. Also... Da brauchen wir uns erstmal keinen Kopf drum machen, ne? Ach, die hast du noch vom Spawner oder so? Ja. Luck of Sea. Was ist denn Enchanting Luck of Sea 3? Äh... Ist das nicht irgendwas im Meer mit Fischen oder so? Keine Ahnung. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Weil Luck of Sea, das ist jetzt naheliegend, dass das irgendwas mit dem Meer oder Wasser zu tun hat. Ist das nicht, dass du beim Fischen einfach Glück? Keine Ahnung. Oder Schaden oder irgendwie... Ich weiß es doch auch nicht. So, komm mal her. Wo bist du? Ja, ich komm jetzt wieder zurück. Und dann lass uns mal... Warte, hier nehme ich das Eisen noch mit. Ja, wir müssen halt jetzt mal, äh... Ne? Hoch. Du weißt, was ich meine, ne? Wir müssen hoch. Weil wir brauchen das Essen. So, ich habe jetzt einen Zitrinsword gemacht und ich habe 25% Poison Chance. Automatisch schon? Ja, ist drauf. Oh nice. Und jetzt haben wir keine Zitrin mehr, Alter. Ja, ich habe ja noch 8 und 39 Euro. Nice. Äh, weil... Das ist voll gut, weil dann... Weil wir schlagen ja Gegner locker mehr als vier Mal. Und dann, äh, kriegen die direkt Schaden. Ja, hoffe ich, dass wir die öfter schlagen. Warte mal, Alter, was ist los mit mir? Ich habe ein Spider-Schwein. Was? Ich habe ein Spider-Schwein, Mann. Wie ein Spider? Woher ist das? Ja, ich habe ein Schwein und das kann ich töten. Jetzt haben wir nochmal zwei Raw Porkchop. Nice. Töte das. Also, also... Ist schon, ist schon. Essen, Braten. Das meine ich. Hab ich gekillt. Ich habe noch 5 Melonen. Ich will die nicht alle aufessen, aber... Ich muss... Ich habe einen Netawarzen. Weißt du, wie man Tränke craftet? Ich habe überhaupt... Ja, können wir nachgucken. Ach, genau. Da steht alles drin. Warte mal, hier. Wir müssen ja in den Netawar und Soul Sand holen, damit man die anbauen kann. Poison, bla bla bla. So, ich bin da. Boah, jetzt habe ich mich erschrocken. Ich habe doch gesagt, ich bin da. Hier, guck. Da, ich habe ein gelbes Schwert. Was geht ab? Nice, bitte schlag mich nicht, weil... Hier, warte mal. Hier, ich habe noch was für dich. Schmeiß es da hin. Warum denn? Aber ich habe doch noch 8. Hast du mir auch ein Schwert gemacht? Ich habe dir kein Schwert gemacht. Okay, dann mache ich mir selber eins. Aber warte, warte, warte. Ich habe noch den Griff für dich, hier. Ah, nice, okay. Den habe ich dir schon gemacht. Und dann einfach 2 drüber, ne? Yup. Ah, ich habe auch 25% Poison. Guck mal, ich nehme mal das Cocked Pork Chop und du kannst hier oben oder links das Rabbit Fleisch rausnehmen. Oben oder links. Das sollte... Ach da, Cocked Rabbit. ... eigentlich reichen, um einmal... ... dich voll zu futtern. Nee. Mir fehlen noch 2,5. Scheiße. Was haben wir hier? Mossy Stone. Boah, weißt du, was geil wäre, wenn ich jetzt von Mossy Stone... Irgendwie, äh... Boah, so Mossy Cobblestone wäre jetzt geil. Da könnte man eine Falle mitbauen. Einfach mal so. Richtig random. Das sieht hier mal ein bisschen mein Inventar aus. Baue ich Blue Stained Clay? Eigentlich nicht, ne? Dirt, hm... Wolle brauche ich auch nicht. Komm, so. Und... Hä, warum sind denn hier... Warum sind denn hier die Silberfische? Leute, ist hier das End? Sind hier die Silberfische immer nur in der Nähe vom End? Ja, wollte ich gerade sagen. Nicht immer, aber... Also ich hab noch... Äh... Ich hab noch 10 Zitrine und hier sind noch 40 im Ofen. Äh... Ich überlege mir, daraus mehr Rüstung zu machen. Sollen wir? Sollen wir machen? Was? Äh... Mehr Rüstung. Also nicht? Ich mach mal einfach. So... Ich weiß nicht, wie viel das Protected. Wäre das 5 Minuten gekickt. Warte mal. Slash Tea Time. Ja, ich auch. Alles klar. Äh... Sollen wir jetzt noch hoch, oder... Äh... Können wir eigentlich gar nicht. Ich mach ruhig ein Flower Pot. Genau. Leck damit. So... Was machst du da? Warte, ich brauch ne Falle. Richtig billow. Was ist dahinter? Da denkt jetzt jemand, das ist ein Loch. Aber dadurch wirst du noch nie mehr sterben. Das ist einfach nur so ein Schockmoment. Aber da wird niemand hinlaufen. Niemand wird zusammen. Oh, guck mal hier. Warte ich mal ab. Doch. Aber wenn, wär lustig. Wie findest du mal ne neue Hose? Ist geil. Warte, ich mach mal noch den Helm. Alter, du... Voll viel von dem Zeug. Ja, hab ich doch gesagt. Voll gut. Okay, pass auf. Dann geh ich nochmal ganz kurz hier runter. Warte, ich mach mir noch Schuhe. Und dann hab ich die komplette Zitringrüße. Guck mal, ob ich hier unten noch irgendwas finde. Aber hier unten ist nix mehr. Du warst da unten, ne? Lass uns mal bitte so'n Gleiter machen. Hast du vier... Wir brauchen drei Leder. Und vier Strings jeder. Und dann kann man den benutzen. Oh, ich habe meine Wolle weggeschmissen. Was soll man machen? So'n Gleiter. Dann kannst du gleiten. Dann kannst du einfach fliegen. Wo geht der denn? Wie geht der? Auf der letzten Seite. Warte mal, ich... Das war nicht gut, wenn ich meine Wolle... Ah, da. Vier Leder und... Drei Leder und vier Strings. Okay. Ja, dann müssen wir... Ja, keine Ahnung, Alter. Ja... Oh, irgendwelche Leute schreien bei mir rum. Cool. Äh... Das werfen wir weg. Witzig, dass wir beide unseren Stuff an der gleichen Stelle wegschmeißen. Ich mach jetzt so'n Eimer da drauf. Warte, ich brauche noch einen Zitrin, dann mach ich mir die, äh... Ja, ne, ne. Oha... Guck mal, wie er sich die ganze Rüstung schon gemacht hat. Ja, ich will gucken, ob das, äh, was bringt. Ja, Mann. Okay, das bringt nicht so viel. Titan Crystal. Titan Crystal. Ich hab jetzt acht Titan Crystals, ne? Damit können wir schon acht Titan Dinget machen. Titan Crystal. Also, wenn wir dann noch die Diamanten haben und die Dingets haben. Wo krieg ich mal den Titan Powder? Ach du Scheiße. Das ist ja voll... Oh, was machst du? Oh. Das ist ja voll aufwendig. Ja, das geht eigentlich. Oder wir gehen echt in die Nähte und machen uns diese Nähte-Chessplate. Aber wofür? Ja. Ja, stimmt doch auch wieder. Diamonds Wood Citrine. Kann ich nicht eigentlich hauen? Nee. Echt nicht? Nice. Das ist schonmal gut für uns Deppen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig gut für uns. Okay, kann man irgendwie... War nur noch ne Hose. Kann man daraus auch ein Schwert machen, so Titan Sword? Äh... Ja, klar kannst du es daraus machen. Titan Sword, der hat acht Attack Damage, das ist ein mehr als ein Diaz Schwert. Sollen wir machen? Das ist richtig geil, aber dafür brauchen wir Diamanten. Echt? Kann man nicht... Braucht man die Ingalls dafür? Pass auf. Wir brauchen einen Titan Powder. Und mit einem Titan Powder kannst du einen Titan Ingrid machen. Und einen Titan Powder kannst du nur mit einem Diamanten machen. Ja, ist das teuer! Wie teuer das aber ist. Ja, aber das ist trotzdem... Wenn du einmal ohne Scheiß... Deswegen lass uns am besten eigentlich jetzt auf Ebene... Ähm... Aber wir haben kein Essen mehr. Ja, das ist das Problem und wir sterben. Wir haben gar kein Essen. Sterben wir wirklich? Wenn wir verhungern? Ich weiß nicht, das ist glaube ich relativ hart eingestellt hier. Ich verliere halt relativ viel Essen immer. Lass uns einmal an die Oberfläche dann ein paar Rohstoffe sammeln. Dann äh... Wir brauchen auch Leder und Strings für die Fallschirme. Weil die... Dann fang mal Vini, Vini in den Chat reinschreiben. Mal gucken, ob er was sagt. Vini, Vini ist richtig cool. So, ich komm mit Vini richtig gut klar. Ist ein richtig cooler Typ. Aber ich hätte ihn gerne bei... Ich hätte ihn... Einfach provozieren. Ey, hast du den jetzt rausgenommen? Warum gib ihn mir? Ich warte die ganze Zeit da drauf, dass die scheiß Dinger fällig werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Stück. Was mit mir? Das. Ich guck mal was... Achso, wir sind ja noch... Einfach irgendein Scheiß labern. Wie kommt man eigentlich wieder raus aus dieser Höhle? Ich weiß es gar nicht mehr. So, alles klar. Wo sind wir hergekommen? Äh... Sag ich dir, sag ich dir, wo wir hergekommen sind. Ach hier. Oder? Du wirst in einer Minute gekickt. Das macht keinen Sinn. Bau die Base ab. Eben kurz. Ich baue die Base erstmal ab eben kurz. Ich werde auch in einer Minute gekickt. Nein. Schnell! So, lass auf hier... Alter, was rastest du aus? Ja, toll. Lass auf jeden Fall die Fackeln mal abnehmen. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja, ja, ja. Was machst du? Rennst du hin? Ja, komm mit, komm mit. Okay, komm mit. Uhuhu. So, und dann können wir uns... Wollen wir das jetzt schon machen? Was? Hier hinstellen. Ach komm hier drauf. Oh, hier ist noch Dings. Siehst du, jetzt können wir hier kurz ein bisschen chillen. Okay, wir chillen ein bisschen. Ich werde... Oh, oh, oh. Sonst ist hier nichts mehr. 30 Sekunden. Das Problem ist, wir müssen halt hier irgendwie rauskommen. Wir können... Oh, ne. Stimmt. Ich gehe auf gar keinen Fall jetzt ins Wasser rein. Nein, 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 nein. Mach nicht. Jeder hat noch kommen, ey. Ich baue noch ein paar Blöcke ab. Wir müssen ja produktiv sein. Aber wir haben schon ein bisschen schon mal was geschafft, ne? Würde ich mal sagen. Wir haben schon ein bisschen was geschafft. Auf jeden Fall. Voll nice. So scheiße sind wir gar nicht unterwegs. Nö. Muss man einfach mal sagen. Ich bin noch drauf. Haha. Aber okay. Alles klar. Also, ich wurde gekickt. Ja, ich auch. Also, nach dem etwas komischen Start in der ersten Folge, der aber irgendwie bei allen so ausgesehen hat, lief die zweite Folge definitiv besser. Checkt auf jeden Fall den Kanal von Klängern ab. Findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ihr wisst Bescheid, Hashtag HorseFisch. Ihr könnt eure Meinung schön auf Twitter kunden tun. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Aude rein. Ciao.